Wenn ich wüsste, wo Häschen ist, wüsste ich auch, wo ich mich verstecken kann. Ach, ihr seid schon zu zweit hier? Oh, Leute. Ich hoffe, du hast... Ich hoffe, du hast Borrowed Time. Oh. Hi. Aua. Okay, kein Borrowed Time. Äh... Uncool. Oje. Ich glaube, das war's für Dean. Ich hab da so ne Befürchtung. Oje. Oh, fuck, ey. Ernsthaft? Nö. Seh ich nicht. Oh. Oh. Ich muss gehen. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, Ace. Oh, Ace. Ernsthaft, Ace. Ja, natürlich. Ey, sowas liebe ich ja. Ist doch nicht wahr. Ist doch nicht wahr, jetzt ernsthaft. Wie kann die mich so schnell greifen, nachdem sie ihre Scheiße geworfen hat? Ach, Häschen, ey. Ist doch gar nicht übertrieben, oder? Ein Glück, dass du keine Zeit zwischen deinen Aktionen brauchst. Ehrlich. Oh, Mann. Okay, jetzt hängen wir alle außer Dean. Wer hätte das gedacht? Ich hab ja viel erwartet, aber... Los, hüpf runter. Hüpf runter. Du schaffst es. Verdammte Unzucht. Oh, Weier. Oh, Weier. Oh, Weier. Oh, Weier. Kann das mal jemand klippen? Oh, Schmerzlassener. Ich glaub, die Heck, die macht sich grad in... Äh, die Heck... Bunny macht sich grad in die Hosen vor Lachen. Ich würd' ja so feiern, wenn ich Häschen wäre. Oh, nicht im Ernst, oder? Oh, Mann. Ich hab ja schon viele Kellerpartys miterlebt, ja. Aber ich glaub, ich hab mich bis jetzt kaum so prächtig amüsiert bei dieser Party. Ich muss Bunny erst mal ein dickes Like dalassen. Für die Fete, die sie hier geschmissen hat. Ich liege hier, du... Na toll. Alle dürfen hängen, nur ich nicht. Ich nehm' alles zurück. Scheiß Party. Wenn ich meine Hosen finde, geh' ich. Hallo, Häschen. Na? Ach, Häschen. Reise nach Jerusalem. Welchen Haken nehmen wir denn? Okay, das war ne äußerst produktive Runde. Einmal mit Profis zusammenspielen. Aber es war sehr lustig. Ich muss das Häschen ja lassen. Ähm... Ich hab doch köstlich gelacht. Ach, ne. Das war sehr cool. Bis zum nächsten Mal.